Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video hier auf meinem Kanal Mami-Kind-Abenteuer. Ja, ich heiße Katharina, ich bin Mama von drei Kindern, dem Thomas, die Savannah, das sind meine Zwillinge und meinem kleinen Nesthäkchen, der Charlotte. Ja, hier bei Mami-Kind-Abenteuer wird sich alles um die Abenteuer von mir und meinen Kindern drehen. Das heißt, wir werden auch nur das machen, worauf wir Lust haben. Das wird sich speziell darum drehen, dass wir vielleicht Burgen besichtigen, legale Lost Places, Wanderungen, Radtouren, Übernachtungen an besonderen und schönen Orten. Ich möchte mich da auf keine Linie festlegen, denn ich möchte gerne wandelbar sein bzw. auch mal andere Dinge ausprobieren. Und das Ganze natürlich mit meinen Kindern und auch nur, solange die beiden Lust dazu haben und daran auch ihren Spaß haben. Ja, wenn ich euch neugierig gemacht habe, dann lasst doch eventuell schon mal einen Daumen nach oben da bzw. ein Abo. Darüber würden wir uns freuen und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei unseren Videos.